Hallo, wir befinden uns mittlerweile im Hort des Drachen und hier liegen ein paar Goodies rum. Ein Midi-Pack und ziemlich viel Uzi-Munition. Ist hier sonst noch was? Der Rückweg ist verschlossen. Nicht so toll und hier ist auch was nicht so toll. Wenn ein neues Level startet, hat man bei Tomb Raider eigentlich immer wieder die Standardwaffe. Jetzt muss ich mir mal kurz überlegen. Die am 16 haben wir im letzten Level verballert. Der Granatwerfer, okay, haben wir genutzt. Hapun 40, ja, vielen Dank. Uzi, das brauche ich noch. Automatik, Schrot 32, Schrot. Ah, er lässt mich sogar daran einfach vorbeilaufen. Oh. Ich sehe nichts. Ich sehe immer noch nichts. Okay, schon wieder fast die Hälfte unserer Energie eingebüßt. Ja, der Kollege hat einen Hebel freigelegt. Ich werde den einfach mal betätigen. Das wird wahrscheinlich wieder neue... Ach, es hat ihn erweckt. Na komm. Oh, der sogar... Ja, du brauchst jetzt nicht so direkt auf den Zügel rankommen. Ah, so funktioniert es. Aber ich muss leider noch ein Midi-Pack nehmen. Ähm, wer ist jetzt wach geworden? Zwei sind noch da. Ist ja ein weiterer Hebel frei geworden. Nein. Den habe ich bereits betätigt. Hallo. Ja, ich habe immer noch so ein bisschen Angst, dass die mit mal los... los... losgelöst werden quasi. Dann steht die arme Lara da wieder mit ihrem Talent. Moment. Hallo, bist du wach? Kitzel, kitzel. No. Oh, was ist das? Moment. Hier ist noch ein Hebel. Hier an der Seite. Jetzt werden wahrscheinlich alle wach. Ja, natürlich. Nein. Oha, haue, 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 haue. Das gibt... Ab, 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 ab. Stiert, stiert. Ja, los. Bämms. Okay. Das ist auf der einen Seite relativ gut, weil... Hier ist die Tür aufgegangen. Nein, Moment. Speichern. Äußerste Priorität. So, jetzt sind wir schon gleich viel entspannter. Ähm, gucken hier. Oder... Nee, kommen wir hierher? Oh, nein, wir kommen hier nicht her. Natürlich nicht. Wir werden gleich wieder mit Messern beworfen. Ach, die Schrot ist auf alle. Ah, er ist schon tot. Ich dachte, er spritzt noch Blut, also lebt er noch. Nein. Wir haben gerade in einem... Tomb Raider auf einen... Toten... Ein totes Pixelwunder. Munition abgegeben. Und es hat Blut verspritzt. Oh mein Gott. So, diese Schalter sind bewegt. Der auch. Ähm, ah, da... Sie zielt immer noch. Sie hat gezielt. Da. Na ja, der zielt auch. Okay, wir beenden das hier. Komm her, los. Hier, ich habe hier die... Ultimativen... Skills. Ich mache mit der Pistole... Kaputt, alter. Ha. Och, das ist fair. Das finde ich sehr, sehr fair. Allerdings werde ich nochmal speichern. Und hier war noch was. Da blinkt auch noch was. Aha. Oh, ein Minipack. Das ist auch sehr nett. Ich mache nochmal Licht. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ja, ich gucke mich da mal so um. Standardmäßig renne ich hier in alle Richtungen. Ähm... Da... Hallo. Da war jemand. Oh, wieder so ein Messerwerfer. Ähm, mein... Meine Energie geht gerade zugrunde. Ich habe wieder sechs große Minipacks, also werde ich die auch benutzen. Beziehungsweise eins davon. Ey, 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 komm. Zwei gegen eins, das ist nicht fair. Das... Das ist nicht fair. Okay, einen hat es erlegt. Oh, oh. Paddle Action hier gerade. Volles Rohr. So. Goodies einsammeln. Aha. Oh, noch mehr Uzzis. Das gefällt... Und noch mehr Uzzis. Aha. Ha, wie mir das gefällt. So, hier ist wieder nichts zu sehen, weil alles ist dunkel. Nein. Ein Geräusch. Noch so... Oh nein, nicht zwei, komm. Ah. Nochmal die Show hier abziehen. Aha. Oh. Unterm Pfostenverstecken dringt nicht viel. Ja. Aua. Was ist das für ein Spiel, wo man gegen Ende noch mit der Standardwaffe... Fast. Fast. Ohne Probleme... ...Gegner besiegen kann. Aha. Oh. Ein Schlüssel oder sowas. Die Fackel brennt nicht mehr lange. Nein, sie geht sogar jetzt schon aus. Habe ich gerade gegen Ende gesagt. Ich wollte nicht spoilern oder so. Das Spiel geht noch... ...geht noch elends lange. Ähm, ich muss mal gerade gucken. Ähm... ...ja, eigentlich zu lange noch. Ich gucke mich noch ein bisschen um. Ich werde noch eine Fackel anzünden. Vielleicht finden wir ja noch was. Hier vielleicht in der Ecke. Dumm, die dumm. Einfach mal... Ach, hier ist nichts. Was Blödes. Hier ist auch nichts. Hier liegen... Cool. Ja, copy and paste quasi. Also die Gegner rum. Ach, egal. Äh... Ich finde nichts mehr. Ist hier noch was? Hier vielleicht? Nö- Kann ich hier irgendwo hochklettern? Man sollts gucken. Nicht die Fackel wegschmeißen. Mhh... Nehmen wir... Nehmen wir eine neue Fackel. In der Ecke war ich glaube ich noch nicht. Glaub ich. Nö- Hier. Nö, war ich auch noch nicht. Oh, eine Säule. Kann ich hier hochklettern? Du sollst da hochklettern, nicht die Waffen wegschmeißen. Ach, verdammt, ich kann da nicht hochklettern. Wo geht's hier nochmal lang? Hat hier vielleicht noch einer von den Typen was vergessen? Ähm, wegzuwerfen, was ich selber vergessen habe einzusammeln. Nö, auch nichts mehr. Auch schon wieder so dunkel hier. Ich mach noch eine Fackel an. Und wie viele Fackeln hab ich eigentlich noch? Ich guck spaßeshalber mal nach. Inventur. 36 Fackeln. Wo hätt ich mehr gedacht? 5 Medipacks, also große, 6 kleine. Ähm, Nullschrot. 749 Automatik. 2030 Uzzis. M16 ist alle. 3 Granaten und 40 Harpunen. Ähm, Automatik erstmal. Und lass die Fackel fallen. Noch eine Fackel. Weil ich seh ja nichts. Ah, ich steh vor einer Wand. Ja, okay, jetzt mal Scherz beiseite. Ich werde jetzt, Moment, irgendwo war hier. Ich muss mich orientieren. Da, da ist die Tür. Mit nem Schloss davor. Genau. Ja, soll ja nicht heißen, dass ich jetzt einfach nur Sendezeit verplänkelt habe. Also speicher ich. Ähm, genau. Nein, nicht. Ich wollte, ja, an dieses Schloss hier wollte ich dran. Und das Mystical Label einsetzen. Ach, wie wir wissen, müsste jetzt diese Tür aufgehen. Was kommen für Gegner? Hallo? Hallo? Klopf, klopf. Is here anybody out there? Ähm, ja. Ich geh ganz vorsichtig an diese Kante. Da, 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 da. Da seh ich was. Munition. Da. Ein Wasserbecken. Okay, nee, das ist jetzt blöd. Ich weiß, wo ich bin. Und genau an dieser Stelle werde ich speichern. Weil besser ist das. Ja, und in der nächsten Folge geht's dann weiter. Bis dahin.